Das Schlag ins Sommerfest machen wir schon seit Jahren. Es ist einfach ein Fest, ein Familienfest, wo wir einerseits den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken sagen, dass sie jeden Tag so leidenschaftlich arbeiten. Aber wir sagen mit diesem Fest auch den Familien danken, dass sie uns so gut unterstützen, jeden Tag. Wir geniessen es richtig und es ist super sein zu fassen, alte Kollegentrappen und und und. Und das zusammen sein ist wirklich toll. Es ist unherrlich zu sehen, wie viele lachende Gesichter da sind, wie die Mitarbeitenden in der Familie da haben, wie stolze Träumlichkeiten zeigen und wie es einfach eine lockere Atmosphäre ist. Danke Rolf, dass du das alles ermöglichst. Alle anderen Beteiligten der Firma kennenzulernen an so einem Anlass ist mega. Und es macht sehr viel Spass, es ist angenehm, lässige Leute, super cool. Danke vielmals.